hat gar nicht was gemacht weiß ich nicht darien ist auf einem anderen game umgestiegen ich möchte erst mal starten Zong, zong, zong. Zong, 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 zong. Zong, 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 zong. Zong, 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 zong. Zong, zong, zong. Zong, 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 zong. Zong, zong. Zong, zong, zong. ja aber immerhin kannst du mit was schießen ja irgendwie gefällt mir mein budget gilt für meine mp auch noch nicht vielleicht könnte ich da mal schauen was hat er gesagt ich glaub den shift for grip ja fortes shift grip so gut okay hm 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 21 22 22 23 23 Hier ist das Licht, ne? So ist es okay. So ist es okay. Ich bin gefesselt, aber ich werde mich nicht fügen. Ich bin gefesselt, aber ich werde mich nicht fügen. Ich bin gefesselt, aber ich werde mich nicht fügen. Das macht doch keinen Sinn. Ich bin gefesselt, aber ich werde mich nicht fügen. Ich bin gefesselt. Ich bin gefesselt. Ich bin gefesselt, aber ich werde mich nicht fügen. Ich bin gefesselt, aber ich werde mich nicht fügen. Ich bin gefesselt, aber ich werde mich nicht fügen. Ich bin gefesselt, aber ich werde mich nicht fügen. Ich bin gefesselt, aber ich werde mich nicht fügen. Ich bin gefesselt, aber ich werde mich nicht fügen. Ich bin gefesselt, aber ich werde mich nicht fügen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Die M4 mit 60er Recoil und 71er Erco. Das finde ich gar nicht so schlecht, was ich hier gebastelt habe. Was kostet denn Mums? Äh, finde Teile, äh, 263k. Ja, also mit der M4 dabei, ne? Hm. Ja. Achso, nee, ja gut, da musst du natürlich den Lauf rausrechnen, der ist halt dabei. Ja, gut, paar Sachen musst du rausrechnen. Wenn ich das jetzt auf Montieren gehe, warte mal. Ja. 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 166 bin ich dann noch. Und Budget ist auch schon... Ja, nee, ist jetzt nicht mehr, ist nicht mehr Budget. Nee. Stimmt. Da hast du da schon Liebe mit reingefassen. Ja, ja, ich hätte den... Ja, gut. Stimmt, ich hab das Preset einfach immer irgendwie ein bisschen weiterentwickelt und hab's nur nicht umbenannt. Am Anfang war's mal Budget, dann kam das noch dabei, das ist noch... Ja, ja. Das stimmt. Das ist eigentlich nur irgendein Scheißwort für... Ich hab die Messer gar nicht drin. Mit? Ein Teil 40k, ein Teil 70k. Wollen wir mal das Standard M4 bauen, hinab speichern. Da, da. Da, da, da. Da, da, da. Das verbesserte Pufferrohr kostet 100k, die Schweinebacken kostet 15.000, okay, also klar. Ja, das ist so ein Teil, genauso wie wenn du den Ergo-Griff nimmst, der kostet nochmal 70k. Einzelne Teile, wahrscheinlich von Griff, auch nochmal 50 oder sowas. Also ich habe jetzt den Graal, Neuro Arms Graal Fiscal Grip und der ist baugleich zu dem, fast baugleich zu dem Ergo und den kann ich halt beim Händler kaufen, das ist ganz leise. Oh, klug. Kommt mal jetzt, was leuchtet der... was? Ja, ja. Ja, genau, den kann ich halt nicht beim Händler kaufen und dieser Graal, wenn du da auf die Stats mal schaust bei dem Pistol Grip... Der hier, oder? Jawohl. Genau. Der macht halt nur ein bisschen mehr Gewicht. Ja, genau, der andere macht ein bisschen mehr Gewicht, ist aber sonst von den Stats gleich. Der hat halt auch extrem gute Ergo-Werte. Ja. Ich hatte den damals auch, ich weiß nicht, wie das war, letzten Mal, hatte ich auch eine ganze Zeit lang den Griff, den du genommen hast, genommen, weil ich den auch noch nicht kaufen konnte. Hm. Mal der ist und was sind das, äh... Skir, oder... Gier 4, ne? Ich weiß es nicht, der der Ergo, ich... Oh, das weiß ich nicht ganz genau. Ja. Ja, das weiß ich nicht schon. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja? Von mir aus, bis dann hier wieder der ganze Scheiß alles verloren. Erst mal frühstücken. Mach mich mal kurz stumm. Ach, vor dem Frühstück schon mal klären, was man nach dem Frühstück hat. Was war denn jetzt diese blöde Kackkacke? Ja, jetzt habe ich einen 60er Recoil und 71 Ergo. Ja, ja, ja. Ach, siehme. Das ist der Kreis Rwanda. Das Problem ist, ich habe einfach keinen Scheißgeld. Ich brauche unbedingt ein bisschen knatter hier. Sieht ganz übel aus. Und dann macht die knatter. Ja, ja, ja. Welche schlimm hast du denn? Ähm, 34, 33? 33. Wann scheitest du? Du wirst einfach abgeknallt raus. Keine Chance momentan irgendwie dann zu sehen. Ja, das ist, ich habe super viel reingebuttert für Hideout, Quest, äh, dann, weil ich natürlich alle Scheiße immer kaufen muss oder craften, anstatt ich das mal, wenn ich das suche, weil ich halt, äh, vorankommen wollte im Level und, äh, wie immer die Gier. Die Gier tötet den, tötet den Menschen. Ja, ja, das ist genau das. Wann muss der Schwanz machen? Ja, das, das, also ich brauche unbedingt Kohle, weil ich habe noch 400.000 Rubel auf dem Konto und das sieht ganz, ganz mauer aus. Ich habe auch nicht mehr so viel Gier. Kaum noch, ja, Amor, ne, einmal, einmal, einmal Amor nur noch. Schlecht, 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 schlecht. Schlecht, das ist nicht öffner, also ich bin andauernd mal, also ich war vorhin, gestern war ich auch auf 20k und, nein. Ja gut, ich habe die Bitcoin-Farm am Laufen, die Destille läuft, also das sind halt so einige Sachen, ne, wo ich mir, die Bitcoin-Farm vernünftig läuft, ist gut, ich habe jetzt nur 6k drin, aber da sollte ja schon mal was kommen eigentlich, ne. Oh, das klingt geil, das ist wie ein Bitcoin oder so. Dann hast du ja wirklich alles in Zeit, aber das ist doch gut, dann bist du auch weit. Ja, 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 schon, nur ich fand halt irgendwie immer, weiß ich nicht, müßig. Letztes Mal ging es irgendwie besser, ich weiß auch nicht. Oh, was kann ich nochmal für ein großes und kleines Diary traden? Ah, ja, 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 Intelligence. Ja, genau, oh super, dass du das sagst, bei wem? Ein Peacekeeper, aber wird schon alle sein, denke ich. Fades werden schon durch sein, Max, mal aus. Du hast völlig recht. Ja, natürlich. Düt, düt. Erwe, war, war, war. War, war, war. War, 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 war. noch mehr rein mit dem Beuchstrahl Oh, was vergessen. Nochmal guck mal, FP 100 Filter mit Level-Auf-250K, wäre das schön. So, wir gucken jetzt die Bekasen. Ah, die Mianche. Vielen Dank. 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 Okay. 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 Tschüss. Okay. 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 Goldtreffer Haupteinkern Ich hab noch gar nicht gespawnt ISEA Weiß ich noch nicht Ist doch irgendwo da Vielleicht auch irgendwo Feinbarn oder? Schau mal Oh Kraftstoffzusatz Questitem Den regt wieder raus Ich brauch nur noch einen Den hab ich Uhuuu Nö Brauch einer noch einen Respirator? Ne ne Was? Ne Respirator Respirator Ich guck hier unten runter noch in die Kiste Ah Achso da unten ok Und da der Rolltreffer Ja ne Vector nice Und ne Mosin gibt's ja gar nicht Hast zwei Sachen Muss einer ab Was willst du denn? Hatten ein Scherz Gottfisch Ist jetzt gemacht? Aber nicht weil ich gemusst hätte Achso was willst du denn? Ach ne du bist es hier nicht ne? Soll ich mit Skepp Akkohol holen? Scheißegal ne? Na ja mach was jetzt Gut jetzt legt der noch nen PPSH Oh Zucker Für mich auch Legst du hier rum? Nein Nein ich bin beim Hexagon Ich bin viel weiter weg geschossen Shit Wird auf die geschossen? Ne Jetzt liegt aber was rum Ganz unten oder was? Kannst nicht lokalisieren ob sie bei mir ist? Gehen sie dich aus? Halbwegs Versteht Ja es wird gesprungen Das war ich Das war ich Und bei der Emma Community Ja Alles vorbei Kurz vor Mantis Oh nein alter Fünf Schuss Für die Victor Ja Ja Warte Das ist ein volles Make Was soll denn der Scheiß? Ach es sind ja nur noch 8 Minuten Hm 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 Bewegung Bewegung Schickibricki Hm Okay du bist hier nicht ja Aber das war Ah ah ich liege hier Hm Ist denn jetzt irgendwas an hier? Ähm Wo müssen wir raus? Einmal kommen oder Dingens Das andere Gut Einmal kommen oder das andere Hallo Kieler Hallo Kieler Ach Scheiße ich komm einfach mal hoch Zu dir Mach das Ähm du hast gesagt du bist wo? Ich bin jetzt im Brutal Und gucke gleich mal in den Kiba rein Kiba Biba Wo laufe ich denn doch Idea einmal rüber Ja ja Ach Scheiße Hä? Ich hätt' beschossen Scaff, Idea Idea Aha Oh fuck Mehrere Ah ich hör's Oh Arschlöcher ey Alter Jetzt haben sie mich Bis hin? Ähm Zwei Scaffs Idea Aber Oh Gott ich krieg keine Deckung Haben sie dich oder nicht? Ich komm jetzt äh Nein 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 Ich bin ich lebe noch Ich renne zu dir Ich sehe ein bisschen anders aus am Anfang Ich bin hinter einem Okay du kommst Ja 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 du kommst ne? Ja Wo sind sie denn? Vorkopf Hinten an der Rolltreppe Und einer rechts an den Idea Kassen Okay Steht nochmal das Gaffs oder was oder? Ja ja Steht nochmal das Gaffs aber ich Ja Kann man ein bisschen hüpfen Ich bin trotzdem gleich Platz Also Was mein Ich hab Hast du Heavy Bleeding? Ne ne Gehst du da vorne? Ja ja ich Geh hier Ist das normales Bleeding oder was? Äh ne ne ich dachte erst ich hätte Bleeding alles gut Ich hätte aber ein Hämostaticum und ein Esma Hier vor dir ist irgendwo einer Direkt hier vorne An den Kassen Und oben Und zwei Und wie lange brauchen wir für raus? Da ist er Was? Ah ja Ah ja Ist das noch eine Kanone Mann? Da hinten? Minus Ah sauber Habe ich jetzt nicht Habe ich jetzt nicht über den? Ja Ich hab Herr Moustaticum Ich hab selber so einen Stabs hier Danke War da nicht noch einer irgendwo? Hallo Ach reicht jetzt ja mal ne Ja Wo ist er denn hin gefallen? Also sag mal Hallo Oh ja Oh ja Eine Ada Nehm ich mir doch über die Ada Hm Ist da da nix? Wahrscheinlich Okay Wo sagtest du? Hier gehen wir am besten raus gleich Ja ja klar Zum Railway Railway Ich vertue mich da immer rechts links Ähm Guck schon mal unten Ja Jetzt kannst du ja immer auf beiden Seiten rausgehen Mhm Aber Äh Ich meine halt trotzdem wo rechts links irgendwie Wart am Ausgang auf dich? Naja geh schon mal weiter geh schon Vielleicht hab ich nicht Keine Ahnung Ich bin zu lieb Irgendwie Strange gloot Theorie Okay Hier wurde gelotet Irgendwas höre ich hier noch Ja Steps Ich renne grad wieder Richtung Hier Boah ich kann es nicht orten Ganz beschissen Was tun für Kopfhörer auf? Ähm Meine Meine real Dings Oder jetzt als Gav Als Gav keine Ja Was bin ich da jetzt gekommen Was bin ich? Ja ich bin raus gerannt Ich lauf jetzt zu Railway Okay Ähm Metal Steps warst du nicht? Doch 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 Hm Hm Ganz Ganz komisch Ach meine Fresse Ach meine Fresse Ich sollte vielleicht auch einfach mal deinen Stream ausmachen ne Ich lauf grad über die Baustelle Hm Naja Hm Drei Minuten das wird jetzt schon sportlich Ja ein bisschen Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Vielen Dank. Ich bin jetzt kurz vor der Railway. Jo, ich expect... Jawohl. Ja, ich habe es noch geschafft, oder? Ja. Was, wenn ich es jetzt hier heute bei? Das wäre kritisch. Na guck mal. Eine Vektor man rausgenommen. Zucker. Das ist doch ein Killquest-Item. Was will man mehr? Was will man mehr? Mehr. Ja, eigentlich nur mehr. Ja, ja, gut. Klar. Vielen Dank. Vielen Dank. Das sieht ja so aus. Das sieht aber Tag auf nach mehr Entspannung aus. Habe ich jetzt noch nicht verstanden? Ja, dieses Team ist so toxisch, Alter. Das sieht aber gar nicht so gut aus für euch. Du machst das schon. Guter Junge. So ein paar Kacken. Ja, auf jeden Fall, klar. Was? Wie teuer ist die Vector? Die kostet fast 100k? Ja, ich brauche einen normalen Heini hier. Bei uns hier kostet ich glaube ich auch 100k. 92, ja, ja. Alter. Das ging so einfach mit Kerasur. Ja, aber... what? Ich brauche. Ich brauche diesen Lünen. Vielen Dank. 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 Ja gut, dann gehe ich mir noch ein bisschen rauchen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So. So. Oh, wir haben... Mm-hmm. ... 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 alle leute besser als ich das ist halt auch ich das habe ich jetzt noch mal so nachgedacht so viele situationen wo ich hätte wesentlich besser spielen können rausgehen können wenn ich da nicht einfach so hektisch gewesen wäre nicht immer ist pushen die super alternativen einfach auch mal ein bisschen ruhiger spielen was wir waren natürlich hinkriegen klappt ja guck mal direkt an machen moment ja ich werde rein schauen wir mal hier das kannst du mir meine ok ich habe jetzt schon die maske auf die jacken schon an ist aber nichts drin gewesen bis jetzt schade 106 ja die jacken habe ich alle dann reiß ich den laden an ja hast du hier nachgeguckt noch nicht ich habe bis jetzt in diesen verfickten wetter nicht eine einzige cracker gefunden nicht heute meine erster er war ja nie wurde mir gesagt dass ich verliegt und im pc habe ich insgesamt um meiner ganzen spielkarriere ist eine ok woraus wieder schon an den hauptraum ja ok und dann hier rechts ja ja zwei kisten gucken ja ich gehe aber schon mal hoch wird sich in den roten container jetzt einmal nach wie von dir aus gesehen rechts weiter wenn du zu mir guckst das war ein hins erstellen und sie haben rein ich schaue dann aber nicht parallel hier also ja 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 wir machen ja 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 In nem Container Ich glaube Dann laufen hier weiter runter quasi Wenn du runter kommst Ja, hier weiter Über Goshan oder über Idea? Wie willst du? Scheißegal Wir können eigentlich auch nochmal Highload Area contesten Gehen wir gleich einmal drinnen wieder zurück Kann man noch ein bisschen loben Wollten ja sowieso ein bisschen entspannter einklicken Also hier einmal komplett durch Und dann die Regale Ähm, hier nicht Achso, hier willst du nicht durch Drinnen würde ich noch jetzt weg Ist die Tür immer offen? Ja 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 Komm mal zu mir. Das Gefühl, da kommt gleich einer um die scheiße Ecke, Alter. Wo bist du? Ich hock hier in der Ecke. Ja. Ich lass dir was dabei, zum Beispiel. Hier, der Laserpoint. Ja, ja, ja. Kannst du looten jetzt? Ja, du jetzt. Ja, du musst mal weiter. Augenblick, Augenblick, Augenblick. Der hat die Triton, die tausche ich kurz aus. Der hat das Zwischensee. Da liegen ja 90. Jetzt machst du die Tür mal zu. Mhm. Safe. Ah, okay. Dann loot ich. Moi, moly. Wie geht's dir? Ach, Kabel, Netzteil. Also nichts Wildes. Netzteil ist viel wert auf dem Klima. Äh, Steps. Mhm. Jeff Call. Mhm. Nebenan. Ja, kenne ich. Ich bin gesilenced. Oh, der meckert. Er hat einen Taschland, aber du siehst, was steht. Aber das ist noch eine ohne. Okay. Kann man die andere Tür auch noch aufmachen? Ja, die geht dann noch aus. Ah, okay. Okay. Nicht zurück. Ja, tun sie. Ich habe heute schon neun Stunden Tag aufgespielt. Und jetzt vom Schlafen gehen, dann mache ich noch ein, zwei Runden Loi. Und dann gehe ich halt pennen, zum Runterkommen, weißt du. Nein, ich gehe jetzt reinkranken. Einfach mal was anderes machen. So. So ein Arschluss. Ich andere Seite gucken. Mhm. Na, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Das ist ein blöder Scale. Ja, wir sind gerade rein. Also, das heißt gerade. Ja. Bei den Kassen. Alter, was ist denn los hier? Ja, warte. Oh, shit. Man hört das Game gar nicht. Oh, da ist schon wieder der Sound für den Arsch. Irgendwas stimmt da nicht. Ich muss jedes Mal irgendwie den Sound manuell nochmal anmachen. Danke dir auf jeden Fall für die Info. Ich komme jetzt schon. Hallo. Kann ich nicht. Ich komme nicht an die... Hallo weg. Steps-U. Nein, jetzt nicht. Nein. Mach uns gap jetzt hier, oder was? Hm. Wo bist du jetzt? Ja, ich muss los. Nein, wir sind im Raum, ne? Okay, kannst du nachholen, kannst du. Hast du ja schon alles bisher fertig gelotet? Ja. Oder? Also, ich habe nicht alles mitgenommen, was da lag. Der eine PC ist auch nicht gelotet. Ja. Weck mich, wie scheiße. Okay, ich komme nach. Du bist links weg, ne? Ja, ich hocke hier an einem Pfeiler hinter den Kassen. Das nervt du. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist total dumm. Müsstest du mich jetzt hören? Ja, jetzt. Ja. Sollte man das hören. Ich sehe nichts. Alles klar. Wer passt in der Angegruck hier? Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, warum. Ich schaffe nicht. Ich habe mich im Moment wieder erschrocken. aber wieder pumpen immer wieder schräg ich sehe den nix wirklich so schlimm ja mehr geht aber nicht so tippitoppi du bist vor T-Rent ne ja und dann gibt die Kaffee-Karte oben rein ich bin noch weiter egal ok Mhm. Mhm. Ich hoffe, ich bleibe ich dir gleich noch vor. Mhm. Hihihi. So. Ja, ich bin hier noch im Laden. Unter der Apotheke. Du sneaks dann, ne? Ja, ich sneaks nicht, ich lauf. Aber mittels ist ganz. Hier, ich bin jetzt vor dem Oktagon. So, das ist ein Sansa. Ich bin jetzt vor dem Oktagon. Ja, aber... Ich bin bei dir. Komm schon mal raus. Wo gehen wir hin? Ich will jetzt hier erstmal gerade auspucken. Guck her. Aber langsam. Also Richtung Fieber, ja? Ja. Ja. Aber langsam. Langsam. So, dass man zumindest alles anwirft. Ja, ich bin jetzt hier. Ja. Ja. Aber ich bin jetzt mal weg. Ja. 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 Ja, da ist ja vielen anderen. Jetzt kommt ein Computer. Hier ist auch noch. Ich muss mal in Mentis rein, ich gehe mal in Mentis. Okay, bin in Mentis drin, hier ist gelupet. Jetzt kommt ein Computer. das ist ja das kieber offen ist noch mal sein das kieler herum Ah, was? So. Mitfiegt auf jeden Fall. Unter mir? Hast du einen zieht? Ja, ja, ja. Oh, oben! Oben, links, Rolltreppe. Mhm. Arschloch! Ist der unten? Unten auch noch was? Back, back, back. Noch ein bisschen Fuß. Dann wieder zurück nach Gas. Oh ja. Da kommt ein bisschen Damage. Der eine Call kam, glaub ich, von rechts. Mhm. Oh ja. Oh ja. Geh mal da hin. Geh mal da hin, wo du irgendwie verkauft hast. Ruhig. Rolltreppe. Geh mal da hin. Ja, ja. Der ist recht vor Goldtreppe. Die Goldtreppe wieder hoch. Minus. Sauber. Sehr schön. Das ist ja schmerzbar, ne? Mhm. Ich nehm mich jetzt grad schmerzbar. Man merkt den schon mal nicht. Den kann den oben, ne? Na. Ja. Ich sehe hier nicht. Leider. Ist er? Weiß nicht. Geh mal hinter der Rolltreppe lang. Guck oben. Auf die Rolltreppe. Auf die Rolltreppe. Die war es offen, ja. Die war es offen? Mhm. Na geil, ey. Ich merke es nicht. Du movst hier rum, ne? Ja. Eins geht noch. Danke dir. Noch eine schöne Runde. Du bist gesteppt einmal, ne? Ich bin ein Brute. Ist das nicht was? Wo? Werden die Orten? Lars. Nein, überall hier. Ganz oben. Über dir. Aha. Du bist du? Nein, ich sneak. Ich sneak wieder in Mantis rein. Hm? Ich bin in Mantis. Mhm. Okay. Könnte aber oben der Skett gewesen sein, ne? Ja, der Sneak ist ja gegangen. Ja, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich glaube, das war auf, ähm, Blast. Okay. Es rennt was? Okay, die, 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 die. Ja. Aber ich werde mich nicht fühlen. Mhm. Wollt ihr sehen? Schön. Gut, ich glaub einmal in den Mantis rein. Ja. Ich tippe im Mund nach, im Mantis. Hm. Und den, hier wird einmal durchsortiert ordentlich. Volltreppe? Ja. Weiß ich nicht. Meine. Hast du ihn? Minus. Sag mal. Skill oder, Skill oder Scaf? Weiß ich nicht, Scaf? Komm rein, komm rein hier in den Landen. Alles gut. Jo, man wird wieder zu ätzend. Hoffen wir einfach, dass ich nicht spielen kann. Wo war ich gestern? Irgend noch ne AK, ich lieg noch. Irgend lieber. Irgend lieber? Ja, ja, hier liegt noch drei auch um. Ist alles gut. Hier hängt auch noch ne Weste an. Welche? Äh, ne blaue. Naja, ne. Okay. Also hier liegt auf jeden Fall noch was rum. Okay, ich loote mal den Scaf. Den 1901. Ja, was ist das? Okay. Warum schmeißt du ihn hin? Du blutest jetzt die Scafs hier vor dem... Ich auch noch vor der Rolltreppe im Mantis liegt einer, den ich zuletzt gekillt hab. Okay. Wenn du Cowboyhüte findest, sag Bescheid bitte. Mhm. Wenn wir noch einer mehr wären könnten wir auch ein bisschen Factory... Äh... Ich bin auf der Rolltreppe. Laufen. Jetzt sieht aus wie ein Scaf Player. Ja. Oh, der hat zwei... Oh, oh, oh. Nice. Ich bin auf der Rolltreppe noch. Äh, ich hoffe das ist kein... Ähm... Ist der Move was? Ich hab was gegessen. Oh, 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 oh. Was ist das denn? Ist das jetzt morgen? Wenn wir da im Mantis zurück... Warum was weiß man da tut? Wo ist denn was gemoog? Wo? Ja, ja... Könnte oben gewesen sein oder rechts von mir. Ich war auf der Rolltreppe. Und wer steht? Ja, ich hab nämlich im Kiba relativ nah am Brutal gemoog. Huch... Huch... Kiss mich wirklich. Huch... Nick, wieder zur Rolltreppe. Ja. Du kurz gemoog? Mhm. Okay. Jetzt kommt jetzt Mantis wieder raus. Vorne in den... Obgang. Hast du dir die Script schon angeguckt? Na, ich hab mir auch gar keinen Stress da draus angeguckt. Okay. Sneak vor. Mhm. Auf Kiba. Skiff call rechts wieder. Richtung Rolltreppe. Der rechten, da wo er gerade durchgefeiert hat. Okay. Könnte da oben sein. Also nicht. Und in der Mitte. Mhm. Ein bisschen leer. Ja. 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 Schlange gekrabbelt oder er nicht? Ne. Doctack noch drin. Okay. Und... Killed bei? Killed bei was? Warte? Ich komme zu dir, ich komme zu dir. Alles gut. Äh... Killed bei... Ne, den anderen hab ich nicht. Ähm... Bei... Bolldi. Also Player. Killed bei Player. Killed. Und der andere? Klicke hier bei einem. Ja. Player oder Skiff? Player. Du kommst zu mir, ne? Ja. Und der war auch noch nicht gelootet? Doch, doch, doch. Der war schon gelootet. Also keine Waffe mehr und was, der war eben schon... Ja, auf jeden Fall angefingert. Hill Killer? Nein. Ja, war schon gelootet. Ja. Von nem Brutal. Nimm kurz was zu essen. Mhm. Was war das denn? Na, ich komme mir auf Winterchange. Soundbuck? 3.000. Ja. Kiva ist jetzt leer, ne? Ja. Das ist zu lange. Komm ich mir mit. Fertig. 41. Nimm mal über die Frontalrate. So. Wo müssen wir raus? Ja. Ja. Mhm. Guck mal, hier liegt alles tot. Ja, die habe ich mir schon alle angefingert. Mhm. Können wir zum Schluss vorausgehen nochmal checken, gegenchecken, was wer hat von uns. Nochmal was durch gegenchecken? Wenn wir kurz vorausgehen, können wir nochmal gegenchecken, was wir beide haben. Ein bisschen gerecht aufteilen ist das. Ach so, alles gut. Oh, RBBK Schlüssel. Nein? Aber, ja gut, der ist auch gar nicht so viel wert. Keine Ahnung. Weiß ich. Ja gut, aber was heißt gerecht aufteilen? Ich will nichts haben. Jeder hat halt seinen Lootluck oder eben nicht. Ja, aber trotzdem haben wir uns ja auch. Ja. Wir haben ja nicht gegeneinander gearbeitet. Weißt du? Wenn der jemand was anbietet, dann guck doch. Vielleicht kannst du was für Side-Out gebrochen oder so. Hast du die Jacken hier nicht durchsucht? Doch, habe ich. Aber nicht beide. Hat er nicht. Guck mal rein in eine. Ja, war nur Schmerzmittel drin. Nur Rasmussen. Du bist Rasmussen, jawohl. Jetzt noch so ein gelbes Ding. Keine Ahnung. Gäbe Scheiße. Hm. Ja, ich bräuchte halt noch bloß Hüte. Cowboy-Heads. Okay. Jetzt mal ein Text so rein. Mhm. 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 Lista? Differente. Okay. Okay. Raus hier. Ja. Es gab vorne Kasse. Sehe ich nicht. Nein, er hat auch keinen Hut auf. Komm, raus hier. Okay. 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 Vielen Dank. Wir teilen uns jetzt noch die Stashes auf, wenn die noch nicht benutzt sind. Kennst du die alle? Nein, ich schau mal rein. Ne, war noch nicht. M-Frame, keine Ahnung. Das ist auch ein bisschen M8551. Schreib 25. Wo bist du? Ich liege hier. Ja, also neben dir. Hab ich nicht da in diesem umzäunten Bereich? Ach so. Ja, manchmal höre ich wieder Sachen. Manchmal lieber einmal zu viel callen als ein bisschen. Ja, das ist so. Denk ich auch. Hä, wo ist denn hier Emmercom? Das ist doch noch ein bisschen. Was? Das dauert noch ein bisschen. Guck mal, da ganz hinten ist irgendwas. Ach so, das Feuer. Ach, jetzt weiß ich erstmal, wo ich bin. Dunkel hier. Meinst du, der nächste ist wieder deiner? Ja. Mhm. Okay, Manni. Ja. Da ist noch mehr drin. Mhm. Du bist zum Feuer, Duffelback. Am Feuer, Duffelback? Nein, warte, warte, warte. Nein, nein, nein. Alles gut, alles gut. Hier ist dein nächster Stash. Ich weiß, ich sehe nichts. Wo? Doch, jetzt habe ich einen. Ja, ja, ja. Das sollst du nicht. So, ja. Ein Helmchen. Eine Teebrille. Ja, gut. Für ein fucking Session ist das so mega. Helme ist das mega für werden. Helme? Ja, dieser LSZH. Nee, wie heißt er? Clever oder so. Oder ZH. Irgendwas. Das ist jetzt nicht so viel wert. Für vier Items kostet er, vier Plätze kostet er, glaube ich, 25k nur. Ah, okay. Der muss den Brillatoren sehen, ja klar. Ja, lohnt sich jetzt nicht so. Geh einfach schon mal ein kleines Stück weiter, ne? Es kommt wieder Duffelbecken und wieder zwei Stashes. Mhm. Mhm. wird geschossen nein dass du brennstofftabletten gunpowder feste die maske und vaseline die sind doch nichts wert testmasker das glaubt dieser 60 karte ich habe ich im ziel ist einer einmal ich bin auf anderen seite hier ja hier ist gelootet wo ist der nächste hier drüben ok so und ein fetter drin was ein airfeter ist da drin oh schön 90k oder der dicke fp100 der epic ach das glaube ich ja nicht geil alter gg ich bin schon mal ein kleines stück weiter ne ja ey oh flashbang das bin ich das war ich boah entschuldigung ey soll ich auf dich warten noch ein stück ich bin schon ein stück weiter wenn du raus willst geh aus keine was willst du machen ich sattier hier grad ein bisschen äh gibt's dir noch was zu holen denn ne nein eigentlich sind wir durch ja passt mir ganz gut ich glaube frühstück ist fertig oder mittagessen fast ja ich jetzt nicht schon kieber werde ich auch noch ist gewesen aber man soll nicht zu gierig sein keine ahnung was ich gebraucht da wollte ich jetzt wieder zu stehen wie gesagt wir hätten ja noch mal gucken können was meinst du alles gut wie gesagt ich hätte ja gerne was abgegeben mit kein problem aber ich will nicht unbedingt was so ich habe den helm gegeben das ist ja alles gut ja wir können auch gleich wirklich gerne noch eine runde machen das lief ganz gut ich muss aber jetzt eben erst frühstücken also und dann jetzt auf reserve und dann raider töten töten immer mich da muss auf distanz kämpfen das kann ich legen wir uns irgendwo drauf und schneiden stundenlang ja ja da bin ich bei wenn wir hinten in der marke schule ecke spawn weißt du welche ich meine ja wenn wir das worden auf den grünen turm drauf natürlich ja du bist mein mann also wenn das wenn der alarm an ist und die eigentlich nicht da ach so du meinst gar nicht ich meine nur die raider die scuff bosse zählen nicht und seine gar zählen auch nicht als das heißt ich darf gar nicht töten du kannst ja du kannst auch töten also es ist nicht also wenn alles richtig grün läuft oder spon 312 und drei bis vier glaube ich immer das problem ist es muss halt jemand den alarm anmachen da komm ich hin wenn es keiner macht übrigens so ich habe es nicht nur gibt es nicht mehr Vielen Dank. 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 Ciao, ciao.